So, hallo an alle zu einem neuen Seed-Video, unter anderem, weil mir ein paar Leute auch Seeds eingeschickt haben von dem neuen Mesa-Biom, oder Mesa-Biom, was ich bis jetzt noch gar nicht gezeigt hatte. Ich habe ja Snapshot-Vorstellungen gemacht gehabt und habe das Biom nie gefunden und jetzt haben mir ein paar Leute dazu ein paar Seeds geschickt und deshalb werde ich die auch natürlich mit euch teilen, in Form für Kommentare oder PNs kamen die dann rein. Ihr werdet die Seeds sich jetzt alle zeigen werden, das sind wieder drei Stücke unten in der Videobeschreibung finden. Dieses Mal brauche ich keine Koordinatenangaben, weil ganz einfach man schon direkt dran spawnt sozusagen. Bei dem muss man sich ein bisschen umgucken, aber ansonsten spawnt man eigentlich schon direkt im Biom drin und deswegen brauche ich auch keine Angabe machen. Seeds sind nacheinander aufgelistet, das ist jetzt der erste und findet ihr unten in der Videobeschreibung, um euch das Ganze anzugucken. Also Mesa-Biom, oder Mesa-Biom jetzt auf Deutsch übersetzt, ist praktisch so eine Art Canyon-Biom, wie ich es eigentlich betiteln würde. Bestehend aus rotem Lehm, der, was heißt rot, okay, nicht zwangs, glaube ich, rot, aus Lehm in verschiedenen Farben. Wir haben an anderem ja auch mal grauen und weißen sozusagen, komplett roten, orangenen und was auch immer das für eine Farbe hier sein soll. Ich glaube, das zählt wieder noch zu grau, gräulich, irgendwas in der Art. Das sind beispielsweise diese neuen Canyon-Biome, die auch nicht allzu häufig sind, soweit ich weiß. Er hat jetzt Glück, hier ein paar Seeds zu finden oder ein paar Seeds gepostet zu bekommen, wo man gleich in so einem Ding gespawnt ist oder zumindest in der Nähe. Die sind so ein bisschen an die Wüste gehalten, in Anführungszeichen, also es wächst darin nicht sonderlich viel. Es ist möglich, dass da Flüsse zwischendurch laufen durch diese Canyons, aber innen drin finden wir ähnlich wie in einer normalen Wüste, lädt die Welt noch nicht ganz, verdorrte Büsche sozusagen. Das wäre jetzt der erste Seed. Ich habe drei vorbereitet, der andere ist auch nochmal in einem normalen Biome, in Anführungszeichen. Und der dritte Seed ist in einer Amplified generierten Welt. Das heißt, alles ist dann noch einen kleinen Tacken größer, was dann richtig extrem krass ist, wo dann der Canyon teilweise bis über die Wolken geht. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Das Video wird wahrscheinlich nicht allzu lang werden, weil im Prinzip gibt es dann auch nicht allzu viel dazu zu sagen, außer halt die entsprechenden Sachen, die dann, die empfindet ihr aber auch in der Beschreibung, sage ich jetzt mal. Um das selbst durchzuziehen. Ich gehe mal weiter zum nächsten Seed. Das Biom hier ist übrigens relativ groß, habe ich gesehen beim Überfliegen. Problem ist, die Welt lebt noch nicht. Ich habe hier den Snapshot 13W37B drauf. Ich habe die Welt da nochmal laden lassen und dann sieht das so von hier vorne aus, also auch mit der Wüste. Und dann, ja, das wäre so schon das, was man zum ersten Seed sagen könnte. Wir gehen gleich weiter zum nächsten. So, jetzt befinden wir uns hier im zweiten Seed, also auch Seed Nr. 2 in der Videobeschreibung. Wir spawnen direkt, sage ich mal, im Biom auch schon drin. Das müsste irgendwo dann hier vorne gewesen sein. Bin ein Stück zurückgeflogen, damit man hier vorne auch wieder die Farbabstufung von den verschiedenen oder verschiedenen getonten Lehm da sehen kann. Müsste Clay sein, ne? So was ich weiß. Ja, Hardened Clay. Da gibt es ja in absolut verschiedenen Farben oder gab es ja schon in 1.6.2. Ist ganz nett eigentlich gemacht. Man spottet hier direkt drin, hat hier Bäume und hier drüben nochmal ein Angrenzen. Das andere Biom an Holz mangelt es nicht. Also für eine Survival-Map, ich weiß nicht, könnte man vielleicht sich überlegen, da irgendwo seine Basis aufzubauen. Finde ich an sich ganz nett. Das ist jetzt noch ein Biom, was noch relativ klein ist. Wir werden uns jetzt gleich nochmal ein Amplified Seed anschauen. Von so einem Mesa-Biom. Das ist nochmal ein anderer, also nicht wieder dasselbe. Man könnte jetzt auch mal versuchen, das hier zu amplifieren. Mal gucken, wie das auch sehen würde. Da bin ich ganz sicher, weil hier die Hochplattform, Anführungszeichen, relativ flach gehalten ist. Nicht so viele Hügel drin. Hätte ich jetzt fast gesagt, wäre es, glaube ich, nicht ganz so spektakulär ein Amplified. Also wir haben hier große, weite Fläche. Erstmal runtergehen. Die Welt lädt alles nicht. Tote Büsche, alles flach. Okay. So, und jetzt machen wir folgendes. Wir gucken uns das Amplified-Biom an. So, da werden wir jetzt Seed Nummer 3 in dem Amplified-Biom. Also wieder bei der Weltoption einfach mal Amplified einstellen. Da gibt es so riesige Berge. Wir sind auch hier direkt mitten in einem Mesa-Biom gespawnt. Das sieht schon wieder riesig aus. Von der Höhe weit über die Wolken. Das ist krass. Aber eigentlich auch schon fast normal, wenn man diesen Modus jedes Mal ankreuzt oder anhakt. Wenn es darum geht, epische Welten zu finden, dann schätze ich mal, ist das hier relativ nah dran. Also das ist relativ gut gelungen. Weil das ist hier echt schon relativ, ich sag mal so viel relativ. Das hier ist eigentlich extremst heftig. Müsst ihr mal einen kleinen Screenshot von machen, was wir für The Thumbnail am besten nehmen. Machen wir sowas irgendwie. Oder wenn das hinten verschwindet. Na, jetzt. Gleich, 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 gleich. Zack. Perfekt. Aber das ist echt schon hier richtig krass sowas. Auch ein Seed, den man mir zugeschickt hat. Also wenn ihr allgemein epische Seeds oder deniges habt, dann postet die hier unter diesem Video in die Kommentare. Die werde ich dann auch eventuell, wenn sie gut sind, mir dann mal wieder ein paar anschauen, wenn ich wieder ein weiteres Video mache. Werden bitte in die Beschreibung eingepackt und dann können wir das nochmal mit ein paar anderen Leuten teilen sozusagen. Die Seeds dann auch dementsprechend geil finden, wenn sie es sehen. Ich fahre dir gerade ziemlich hart. Ist mal wieder was Neues. Also bei der neuen Weltgeneration ist so ein bisschen ordentlich auf die Kacke gehauen worden. Es bietet extrem viel Abwechslung. Deshalb mag ich auch die neuen Biome eigentlich. Wie gesagt, die Mesa-Dinger hier habe ich bis jetzt noch nie gefunden. Und deswegen war es halt Glück, dass ihr mir die im Vorn von Seeds gepostet habt. Das wäre es eigentlich schon gewesen. Ich meine, hier gibt es nicht allzu viel zu zu sagen. Lieber kurz und knapp. Dinger sind in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video. Bedanken fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.